In Bezug auf Mimon Azuak, ehemaliger Bundesligist, ist in den letzten ein, zwei Tagen Folgendes in die Presse gekommen. Möglicherweise liegen dem Staatsschutz jedoch Hinweise auf Veranstaltungen vor, an denen er beteiligt war. Beispielsweise Koran-Verteilaktionen und dass er unter Beobachtung steht und dass er in Frankfurter Salafisten-Moscheen häufig zu Gast sein soll, wird auch auf seine Familie verwiesen, unter anderem auf seine beiden jüngeren Brüder und dass sie auch hochklassig Fußball spielen würden. Und die Berichte, die man nachlesen kann in der Bild und im Fokus und in der Welt und alle weiteren kleinen, kleineren Medien, die diesen Verteilern unterstehen, sogar in der internationalen Presse, in zwei Ländern außerhalb Deutschlands, kann man solches und ähnliches nachlesen. Und diese Berichte sind gespickt voller schwammiger Begriffe. Zunächst einmal wird nicht definiert, wer oder was ein Salafist ist und was dann eine Salafisten-Szene oder eine Salafisten-Moschee sein soll. Wörter wie möglicherweise liegen Hinweise vor. Das Wort soll spiegelt keine Definität wider. All dies in Bezug auf Mimon Asuak in den letzten ein bis zwei Tagen. Was ist die Quelle des Berichts ursprünglich? Die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung, die sich auf den Staatsschutz beruft. Der Staatsschutz, liebe Geschwister, kann mehreres heißen. Kann das Bundesamt für Verfassungsschutz bedeuten, kann aber auch eine Landesbehörde für Verfassungsschutz bedeuten. Kann den militärischen Abschirmdienst meinen oder aber den Bundesnachrichtendienst bzw. Polizeistellen der Kriminalpolizei, möglicherweise aber auch den polizeilichen Staatsschutz. Darauf beruft sich also die Bild-Zeitung auf den Staatsschutz, der wie gesagt auf diese sechs, der mit diesen sechs Behörden verstanden werden kann. Und zwar auf einen Ermittler, der nicht namentlich genannt wird. Ich habe mir das Ganze nochmal sprachlich angeschaut und ich sehe sprachlich auch die Möglichkeit, dass der Ermittler gar nicht zu diesen Behörden dazuzählen muss. Aber so kommt es jedenfalls sehr, sehr deutlich oder dies wird so suggeriert und rübergebracht in diesem Bericht. Ich meine, dass dies auch so beabsichtigt war. Aber wie gesagt, sprachlich existiert noch die Möglichkeit, dass es ein Ermittler ist, aber der nicht für diese Behörden arbeitet. Gut. Die Bild-Zeitung als Quelle, da glaube ich, brauche ich nichts zu erzählen, dass das keine vertrauenswürdige Quelle ist. Der Argumentationshalber gehen wir trotzdem darauf ein, was ist, wenn wirklich ein Ermittler innerhalb einer dieser sechs Behörden gesagt hat, also Informationen geliefert hat, die Grundlage für diesen Bericht sind. Was ist, wenn dem wirklich so ist? Entweder ist das offiziell abgesegnet, wird aber nicht bestätigt von der Behörde offiziell, sondern es ist nur ein Ermittler, der dies gesagt hat und der nicht namentlich genannt wird und auf dessen Behörde man auch nicht eindeutig Bezug nimmt. Und wie gesagt, es können sechs Behörden sein, die hier angesprochen sind. Entweder ist das offiziell und gewollt von der jeweiligen Behörde, aber dann kann man auch ein offizielles Statement herausgeben, aber so oder so ist es dann offiziell. Das wäre dann praktisch der offizielle Weg. Mit einem Medium wie der Bild-Zeitung kooperiert man dann dabei, solche Nachrichten vorzugehen. Das ist nicht vertrauenswürdig, das ist unseriös und das weckt Verdächtigungen. Wenn man als staatliche Behörde Vertrauen schaffen möchte, dann beruft man sich nicht auf, oder dann hat man nicht diese Korrespondenz mit der Bild-Zeitung, weil man weiß, dass viele Menschen es nicht glauben werden. Und wenn das aber nicht in Ordnung war, wenn das nicht in Ordnung war, dass ein Ermittler so etwas von sich gibt, dann haben sie auch die richtige Zeitung ausgewählt, denn gerade diese Zeitung wird keine kritischen Fragen stellen in Richtung Verfassungsschutz oder eine der anderen vier beziehungsweise fünf anderen Behörden, die ich gerade eben genannt habe. Eigentlich wäre dann die Aufgabe zu sagen, Moment, dürfen sie das überhaupt sagen? Und wenn sie das nicht sagen dürfen, welche Gefahren gehen damit für alle Bürger dieses Landes einher? Weil wir leben auf einem Boden und mit einer Vergangenheit, wo es diese Staatsspitzelei bis zum letztmöglich Denkbaren geführt hat. Bis zur Tötung von Menschen. Einfach nur aufgrund von einer Diffamierung, einer Denunziation. Du bist der, du bist jener. Und dann, zack, so konnte man sich unliebsame Menschen, privat unliebsame Menschen auch vom Hals schaffen. Und natürlich, wenn man die Wirkung eines solchen Berichtes betrachtet, stellt man fest, Misstrauen wird gesät in der Gesellschaft. Dass man auf Muslime einen misstrauischen Blick wirft. Dass man auch Angst vor ihnen entwickelt. Dass man aber auch eine Wut entwickelt. Ja, wie kann so etwas passieren in unserem Land? Und natürlich, wenn man die Wirkung eines solchen Berichtes betrachtet, und wie reagiert ein Mensch, wenn er misstrauisch ist, wenn er Angst hat, wenn er wütend ist, in Bezug auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe? Ja. Dann fängt Diskriminierung an. Diskriminierung, die bis zur Tötung führen kann. Wie bei Marwa al-Shirbini. Rahimahallah. Und jetzt auch in den Vereinigten Staaten auch drei Opfer gekostet hat. Der Beginn der Diskriminierung, der Beginn der Diskriminierung, wie gesagt, mag sehr klein sein, dennoch auch in diesem gesellschaftlichen Rahmen eigentlich geächtet. Und wie gesagt, das Ende ist offen. Einfach so erschossen zu werden, aufgrund von nichts, das ist eines der schlimmeren Enden, die so etwas haben kann. Und gleichzeitig auch, innerhalb unserer eigenen muslimischen Gemeinde, stiftet so etwas Misstrauen, Angst und Wut. Und wir gehen auch raus. Wir sind auch nur Menschen. Wir haben auch unsere Vorurteile. Wir müssen auch ständig mit uns arbeiten. Wir gehen auch raus und denken, ja guck, der ist bestimmt gegen mich und der hat mir die Beförderung nicht gegeben, weil ich Muslim bin und die hat mir nur eine 3 gegeben, weil ich nicht, ja. Und am Ende, die Bevölkerungsgruppen, sie isolieren sich voneinander und dann eskaliert das Ganze, ja. Einer macht dies, der andere macht das und dann schaukelt sich das so hoch. Das, was wir als Alltag auch kennen. Und das ist wohl eine Sache, die beabsichtigt ist. Und wenn nicht fahrlässig, ja, grob fahrlässig zu verantworten ist. Eigentlich musst du wissen, wie die Menschen ticken, wenn du in diesem Bereich arbeitest. Das heißt, du trägst eine Schuld dafür, dass dieses gesellschaftliche Klima sich mehr und mehr vergiftet. Dass mehr und mehr Hass und Streitereien und misstrauische Blicke in dieser Gesellschaft ausgetauscht werden. Gut, diese ganze Sache ist keine zwei Tage alt. Etwas weiter zurückgehend darf ich auf eine weitere Schmutzkampagne aufmerksam machen, die ihr nicht in den Standardmedien nachlesen werden könnt. Was passiert ist, ist, dass der hessische Rundfunk Aussagen einer jüdischen Anwältin aus dem Kontext gerissen hat und gegen die Geschwisterverwendete, die die Korane verteilen. Die ungefähren Bedeutungen in der deutschen Sprache. Im Beitrag, wie gesagt, ein visueller Beitrag, ein Fernsehbeitrag, sagt eine moderierende Stimme, Doch wer gegen die Koranverteiler protestiert, bekommt Schlimmstes zu hören, wie diese jüdische Demonstrantin. Warum ist sie so verstört? Und nun wird eingespielt, was diese jüdische Demonstrantin gesagt haben soll in Bezug auf die Koranverteilaktion oder die Koranverteiler. Warum ist sie so verstört? Sie sagt, weil mir gesagt wird, Juden ins Gas. Mir wird das ja auch ins Gesicht gesagt. Mir wird ins Gesicht gesagt, Hitler hat ein paar von euch vergessen. Die jüdische Anwältin, Rechtsanwältin, ich hoffe, ich spreche ihren Namen hier an der Stelle richtig aus, Jas Elishewa Patterson Beysal. Sie schrieb den Geschwistern von der Aktion, Hallo, ich bin wirklich sehr erschüttert darüber, dass der HR, der Hessische Rundfunk, meine Aussage so falsch dargestellt hat. Dass das jetzt so dargestellt wurde, tut mir wirklich leid. Es war so, dass ich im letzten Jahr auf einer Demo von jemandem so beschimpft wurde. Das heißt, ein ganz anderer Zusammenhang. Hat nichts mit der Koranverteilaktion zu tun. Und das habe ich dann auch so erzählt. Die haben das Zitat dann im Zusammenhang mit euch gebracht und das total verfälscht. Das war total falsch. Ich habe schon mit dem HR Kontakt aufgenommen. Was sie gemacht haben, geht gar nicht. Wir sehen auf der einen Seite jemand, der in dieser Gesellschaft Fuß gefasst hatte, der für die deutsche Nationalmannschaft, eine U21, glaube ich war es gewesen, bereits Einsätze hatte und in der Champions League gespielt hat. Ein wunderschönes Tor gegen Bayern, damals schoss. Könnt ihr googeln. Lohnt sich, dass man sich ein bisschen entspannen kann. Dann kann man vielleicht auch meinen, dass der eine Beamte, falls es ihn wirklich gibt, Bayern-Fan war und dann am Ende einfach nur jahrelang darauf gewartet hat, ihm eins auszuwischen. Das ist die einzige Stelle, an der ihr heute etwas lachen dürft, um euch ein bisschen aufzulockern, damit ihr später mehr Aufmerksamkeit an den Tag legen könnt. Wenn man nun vergleicht, hier auf der einen Seite irgendwelche möglicherweise und soll und Bild-Zeitung und eventuell hinweise und das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und auf der anderen Seite eine bestätigte Täuschung, von der sich der HR auch nicht distanzierte oder freisprach. Kann ja sein, dass man mal einen Fehler gemacht hat. Passiert schnell. Manchmal Copy-Paste und am Ende vielleicht hat der Praktikant nicht richtig gearbeitet. Oder vielleicht ist der Praktikant ein Salafist und wollte dann irgendwie etwas einfädeln. Fehler passieren. Da kann man sich immer noch positionieren und sagen, Entschuldigung, das war so nicht gemeint. Wir haben da einen Fehler gemacht. War nicht verabsichtigt. Alles vererledigt? Alles vererledigt. Auf der anderen Seite etwas Bestätigtes und zwar in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Diejenigen, die einen gewissen Anspruch haben, anders zu sein als die Privaten. Die Qualitätsjournalismus erzeugen wollen. Und davon liest man in den offiziellen Medien gar nichts. Wie gesagt, diese Lease-Aktion wird auch sehr häufig in Verbindung gebracht mit Terrorunterstützung etc. Und hier möchte ich ein wichtiges Prinzip aus dem Islam wie auch aus der hiesigen Rechtskultur nochmal zitieren. Nämlich im Zweifelsfall für den Angeklagten. Der Ankläger, er muss einen Beweis liefern. Und der Prophet sagte dazu sallallahu alayhi wa sallam al bayyina ala al mudda'i Die Beweislast obliegt demjenigen, der anklagt. Und in anderen Überlieferungen führt er dies aus. Ansonsten würden die Menschen das Blut voneinander fordern und den Besitz voneinander fordern. Ohne Recht. Sag ich hier, das ist meine Uhr. Gib mir diese Uhr her. Ja? Aber nein, ich bin der Ankläger. Ich sag, das ist meine Uhr. Jetzt nicht falsch verstehen. Ja? Das ist ein Beispiel. Okay? Ich möchte nicht aus dem Kontext gezogen werden. Bruder, das ist deine Uhr. Ja? Auf mir liegt die Beweislast. Weil ich der Ankläger bin. Und solange der Beweis nicht erbracht worden ist, ist der Angeklagte unschuldig. Und das ist fest verankert auch in der europäischen Rechtskultur. Aber dieser Grundsatz, er wird nicht angewendet auf Minderheiten, die vielleicht ein bisschen anecken, die vielleicht ein bisschen provozieren, aber immer noch im Rahmen des Gesetzes. Das heißt, entweder du hast ein Problem mit dem Gesetz, aber dann sollte der Verfassungsschutz dich beobachten. Oder aber, du musst dich berichtigen und sagen, ja, eigentlich, das, was die machen, ist im Rahmen des Gesetzes und dieses Gesetz schützt uns ja auch alle. Das ist der Punkt. Wo will man anfangen, wo will man aufhören? Wo will man anfangen, wenn man sagt, es sollte Frauen verboten werden, ihr Gesicht zu verschleiern? Wenn man da anfangen möchte, ja, wo hört man dann auf in Sachen Kleiderordnung? Oder persönliches Äußeres erscheinen? Wie möchte man mit Tätowierten umgehen? Wie möchte man mit Gepiersten umgehen? Wie möchte man mit Punks, mit Gruftis, etc. umgehen? Und diese gefährlichen Fragen, liebe Geschwister, sie wurden bereits auf diesem Boden falsch beantwortet in der Geschichte. Und ihr alle habt es in der Schule durchgemacht. Aber wir lernen unsere Lektionen anscheinend nicht. Das gesagt, und ich möchte ein kleines Fenster aufmachen, keine muslimische Bewegung oder Aktion ist frei von Kritik. Man kann kritisieren, ist das vielleicht die beste Art Dauer zu machen? Eine ungefähre Bedeutung des Korans zu verteilen? Man kann sich fragen, kann man das, wenn man das macht, vielleicht ein bisschen besser noch machen? Vielleicht, dass die Verteiler ein Jackett tragen und feine Schuhe? Ja? Kritik ist immer nötig. Und fördert uns auch gegenseitig. Aber dies setze ich als Einleitung voraus, weil es hier nicht darum geht, ob man diese Aktion unterstützt oder nicht unterstützt. Oder ob man Kritik hat oder nicht Kritik hat. Sondern es geht um diesen Grundsatz, liebe Geschwister, dass die Beweislast erst erbracht werden muss, bevor man jemanden verurteilt oder beschuldigt. Weil ansonsten verleumdet man. Und das ist es, diesen Grundsatz, den gilt es insbesondere für Muslime überall zu verteidigen. Gegenüber Aktionen, die man weniger mag oder vielleicht auch gar nicht mag, wie auch gegenüber Dingen, die einem vielleicht sympathischer sind. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ein sehr wertvolles Zitat euch teilen. Als sie die Nazis die Kommunisten holten, habe ich nichts gesagt. Denn ich war ja kein Kommunist. Und als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich nichts gesagt. Denn ich war ja kein Sozialdemokrat. Und als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nichts gesagt. Denn ich war ja kein Gewerkschafter. Und als sie mich holten, gab es niemanden mehr, der etwas sagen konnte. Gestern ist es die Lease-Aktion. Heute ist es Mimon Azuak. Und morgen bist du das. Morgen ist das deine Moschee. Übermorgen ist das deine Bewegung. Und eine Woche später, das ist einfach nur dein Laden, dein Lebensmittelladen. Wenn wir diese Grundsätze nicht wahren. Und wer hat dieses wundervolle Zitat gebracht? Es war Martin Niemöller gewesen, evangelischer Theologe, Häftling im Konzentrationslager und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Gut. Ich will an der Stelle mitteilen, dass ich nicht nur Islamfeindlichkeit hinter solchen Aktionen vermute. Den einen oder anderen, der an solchen Dingen beteiligt ist, den wird es vielleicht gar nicht interessieren. Ja, Islam, Muslime. Aber solche Presse und dass die Menschen sich mit solchen Dingen beschäftigen. Ah, ja, hast du gehört, der Azuak, ja, 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 der, der in der Bundesliga gespielt hat, ja, und der war auch in der Champions League. Ja, hast du nicht gehört, ja, dass die Menschen sich mit solchen Sachen beschäftigen, dient gerade in Hessen einem anderen Zweck. Nämlich der Vertuschung, der Verantwortung, die Sicherheitsbehörden in diesem Bundesland haben in Bezug auf den NSU-Prozess. Und in Hessen, Hessen hat, wie andere Bundesländer, einen Untersuchungsausschuss in Bezug auf die, auch Beteiligung der Behörden und Aufdeckung von dem, was bisher unaufgeklärt ist. Dieser Untersuchungsausschuss in Hessen läuft im Vergleich zu allen anderen Bundesländern am schlechtesten. Am schlechtesten. Aber da wird kaum drüber gesprochen. Ich habe, vom Datum her ist es sogar noch das heutige Datum, oder vielleicht war es auch gestern vor 12 Uhr, nee, heute ist der 13. Gebt mal ein, NSU-Untersuchungsausschuss Hessen. Hier habe ich einen Screenshot gemacht, ja, ich werde modern, Screenshot. Vom, wie gesagt, heutigen Datum, ihr werdet 37.000 Ergebnisse bekommen, aber der letzte Beitrag in der Presse, und das ist das allererste, was hier angezeigt wird, ist vom 11.09.2014. 10, 11, 12, 1, 2, fünf Monate her. Warum wird darüber nicht berichtet? Ja? Es ist keine einzige Akte da. Ja, der kommt nicht voran. SPD-Politikerin Nancy Faeser, ja, weil die SPD hat diesen Untersuchungsausschuss gefordert, und die CDU war dagegen gewesen, und die Grünen sind dann natürlich im Boot mit der CDU gewesen, aber es hat sich dann trotzdem durchgesetzt, dieser Untersuchungsausschuss. Sie sagt, die schwarz-grüne Koalition, die spielt Spielchen. Hier, das ist vom Juli-August 2014 von der Zeitung Evangelisches Frankfurt. Wolf Wetzel hat ein Buch geschrieben, der NSU-Verfassungsschutzkomplex, ja, und er sagt, dass der damalige Innenminister Volker Bouffier die Ermittlungen ausgebremst hat, Zitat, das staatliche Nichtstun und die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die Verflechtungen zwischen staatlichen Behörden und den Morden der rechtsradikalen Terrorgruppe, nationalsozialistischer Untergrund, also da geht in die Vollen der Mann, der Ausschuss könne zum Beispiel Verfassungsschutzmitarbeiter zwingen, dieser Ausschuss hat die Macht dazu, ihre Tätigkeiten offen zu legen, aber tut dies nicht. Das heißt, da liegen Wahrheiten vergraben, aber man fragt nicht nach ihnen. Wir kommen später, inshallah, dazu, wie wir weiterhin dagegen vorgehen können und welche Aufgabe wir haben. An der Stelle nun auch einige zwei weitere Beispiele. von denen es mir wichtig ist, auch die Kanzler hier dazu verwenden, um für Aufklärung zu sorgen. Wir haben nicht nur in der nicht-muslimischen Gesellschaft ein Problem damit, dass wir diffamiert werden, dass wir verleumdet werden, dass unser Ruf quasi gemordet wird, ermordet wird oder der Versuch dazu. Auch unter uns Muslimen haben wir Schwierigkeiten. Wir können manchmal nicht richtig mit Informationen umgehen oder mit unseren Gefühlen umgehen. Und er ist auch ein, zwei, drei, vier Tage alt. Gebe ich euch ein Beispiel. Es gab jemanden, der hat, wie der Bruder dort, als ich gepredigt habe, gerade die Moschee begrüßt im Gebet. Und dann, wie man so halt die Dinge halt nebenbei hört, hat er, meinte er zu hören, dass ich gesagt habe, dass es mehrere Götter gibt. Ja? Also er hat gebetet, er hat gesagt, er hat es falsch verstanden. Später hat er irgendwelche anderen getroffen, die gesagt haben, ja, das hat er wirklich gesagt. Ja? Man hat sich dann entschlossen, nicht mehr zur Moschee zu gehen und das ist alles schriftlich, wie gesagt, ich verzichte jetzt darauf, vorzulesen. Schriftlich im Netz, in den sozialen Netzwerken. Man hat sich entschlossen, nicht mehr zur Gemeinde hinzugehen. Man sprach davon, dass die Gemeinde eine Gemeinde von Heuchlern ist und dass kein einziger von den Anwesenden aufgestanden wäre und la ilaha illallah gesagt hätte. Und dann kam es, ja, und es gibt ein Videobeweis. Ja, und dann wollten alle diesen Videobeweis haben und dann am Ende schaut sich, und dann einige sehen das Video und sagen, ja, so war es tatsächlich gewesen. Ja, ich hätte hier auf der Kanzel gesagt, es gibt mehrere Götter. Ich will jetzt nicht in den ganzen Details reingehen, ja, aber das ist das, was die Quintessenz vom Ganzen. Und am Ende jemand anderes schaut sich das Video an und sagt, es war ein Missverständnis. Dann achheit inshallah. Ja. Gerade mal eben jemanden zum Kafir erklärt und zum Heuchler, ja, was ja noch ein bisschen besser ist, irgendwo, aber irgendwo auch nicht, aber ganz egal. Und dann am Ende achheit inshallah. Ja. Wir haben auch Schwierigkeiten unter uns. Wir können manchmal die Informationen nicht richtig einordnen und bewerten und nicht wissen, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Wie gesagt, dazu der letzte Teil von der Khutbah. Ein anderer Punkt. Vor knapp, ich weiß nicht, drei, vier Wochen kam jemand zu mir, der seit zwei Monaten Muslim geworden ist, ja, und, äh, so ein Frischling, ja, und ich meine es nicht abwertend, ich meine es nicht abwertend, es ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Es ist eine Zeit, die ich, die ich mir wieder ersehne, ja, weil dieser Kontakt zu Allah Ta'ala eine ganz besondere Süße hat am Anfang der, 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 der beginnenden Religiosität, ja, und er sagte, er hätte gehört, dass ich, ja, mit dem Staat gegen Muslime zusammenarbeite. Gut. Dazu sage ich, ich habe weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart noch werde ich in der Zukunft mit dem Staat gegen Muslime zusammenarbeiten. Das hat keine Grundlage. Ich habe ein Angebot vor gut fünf Jahren bekommen, als V-Mann zu arbeiten, als Verbindungsmann zu arbeiten. Da ist auch eine Menge Geld im Spiel. Und ich habe dieses Angebot abgelehnt. Ich habe gesagt, dieses Angebot darf ich nicht annehmen, weil es bedeutet, dass ich eventuell mit Leuten sitze, die sagen, ey, wollen wir irgendwas hochgehen lassen? Ja? Und am Ende muss ich mit meiner Anwesenheit, ja, sie wollten mich aufgrund meiner Glaubwürdigkeit einschleusen und aufgrund derselben Glaubwürdigkeit bestätige ich in dem Moment, Bartel, das, was ich als nicht rechtens ansehe. Ich muss sagen, ja, okay, was machen wir jetzt? Holen wir, weiß ich nicht was, Dünger oder Wasser oder sonst irgendwas. Ja? Und dann am Ende gebe ich das weiter, aber habe ich das Problem damit gelöst? Bin ich meiner Verantwortung vor Allatada nachgekommen? Weil in solchen Momenten ist es meine Pflicht, ist da im Recht nichts zu antworten oder nicht? Also wie kann ich da in dem Moment schweigen und Schlechtes bestätigen? Das funktioniert so nicht. Und das habe ich den jeweiligen Ermittlern auch erklärt, dass ich das nicht machen kann. Ganz abgesehen, aber das war nicht mein Grund, ganz abgesehen von dem Risiko, dass die einen am Ende ermitteln lassen und dann am Ende, weil sie niemanden richtig fangen konnten, ah, jetzt haben wir Beweise gegen dich, wir haben alles abgehört, wir haben dies und das aufgenommen und, ja? Abgesehen davon, dass viel Nichtvertrauenswürdiges von diesen Behörden ausgeht, rein aus Prinzip. Rein aus Prinzip. Und das sage ich hier, und wenn es anders sein sollte, liebe Geschwister, möge der Fluch Allah Ta'alas auf mir und auf meine Familie lasten. Und diejenigen, die dies behaupten, sie tragen eine Last bei Allah Ta'ala. Ich will nicht, dass er diese Last, dass er ihnen diese Last auferlegt am Tag des Gerichts. Aber Allah Ta'ala hat gewisse Vorgehensweisen gegenüber Menschen, die verleumden. Das sind Naturgesetze. Ja? Und um den Geschwistern zuliebe, sage ich, denkt ein bisschen mehr nach. Ja? Ansonsten wird euer Leben weniger Baraka haben. Ich sage euch was, Leute in meiner Position, sie haben Prüfungen, die habt ihr nicht. Als meine Arabischlehrer gesagt haben, such uns, ja in Ägypten, such uns Studenten für Online-Unterricht und dass wir Studenten hier in Deutschland empfangen, du kriegst dies und jenes. Ich habe gesagt, ich kann für euch Werbung machen, aber ich kann dafür nichts nehmen. Weil am Ende, wenn ihr dann Unterricht nehmt und ihr kriegt gleich dasselbe Angebot, ja, hol mir einen anderen Schüler und du kriegst 50 Cent oder 2 Euro weniger pro Stunde von uns verlangt. Und dann denkt ihr, ah, und der Johari, der hat dann auch wahrscheinlich diesen Rabatt bekommen. Und dann seid ihr unzufrieden mit dem Lehrer, früher oder später, dann denkt ihr, ja guck, weil er mir nicht den richtigen Lehrer vermittelt hat, weil er persönliche Interessen hatte. Leute kommen zu mir, die wollen dies und jenes geschäftlich machen, sagen, ah, du bist doch ein vertrauenswürdiges, bekanntes Gesicht, komm, mach mal, mach doch mal und ich lehne das immer ab. Damit kein, kein Nebel in euren Köpfen entsteht, wenn ich euch X oder Y sage. Und ich scheue nicht eine Unterhaltung. Ein Bruder hat mich kontaktiert und gesagt, aus seiner Sicht der Dinge war das, was in Paris passiert ist, Halal. Und der hat mir eine Fatwa zu dem Thema zukommen lassen. Wir haben die miteinander diskutiert. Ja? Und er war am Ende überzeugt, dass diese Fatwa keine Grundlage hatte. Aber einfach so abstempeln, Verräter, Heuchler, was weiß ich, ja, Kafir, für was? Al-Bayina 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 Al-Mudda'i Diese Worte lasten auch auf uns Muslimen, liebe Geschwister. Zuallererst. Vielleicht auch etwas Persönlichwerdens. Als ich damals meinen Abschluss 2006 gemacht habe, ein recht guter Abschluss, konnte ich mein Anerkennungsjahr hier nicht machen, in Frankfurt und in Umgebung. Aufgrund dessen, dass mein Lebenslauf eng mit der Moschee verbunden ist und aufgrund dessen, dass ich seit 2001 meinen Bart habe. Februar 2001 übrigens für denjenigen, denen es interessiert, ob es vor oder nach dem 11. September war. Und die Bewerbungssage war sehr, sehr schlecht. Ich bin einfach nicht durchgekommen. Warum habe ich euch davon nichts erzählt? Weil, liebe Geschwister, vieles von den in Anführungsstrichen negativen Nachrichten, vieles von dem, was uns gerade herausfordert, es überlastet einige von unseren Jugendlichen. Sie sagen, ja, wenn der es noch nicht mal schafft und der hat einen Abschluss und einen ganz guten Abschluss, was will ich dann erst machen? Aber ich mag diese Opferhaltung nicht. Wir strengen uns mehr an. Wir geben das Doppelte. Sind wir mit Allah verbunden oder nicht? Ist er Al-Qawi oder nicht? Ist er Ar-Razak oder nicht? Ist er derjenige, der uns einen Dien gegeben hat, der die beste Lebensweise ist und die mehr zum Erfolg führt und überhaupt zum Erfolg führt oder nicht? Dann legt diese Opferhaltung ab. Strengt euch an und ihr werdet da draußen Menschen finden, wie auch der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sie um sich herum hatte, die nicht Muslime sind und die euch unterstützen werden, die euch verteidigen werden, die sich mit euch solidarisieren werden. Aber wenn ihr diese herausfordernde Lage dazu verwendet, selber nur Hass zu sehen und euch zu isolieren, ihr werdet sehr viele von diesen Menschen, die Allah ta'ala erschaffen hat, das ist ihre Disposition, ihre natürliche Veranlagung, ihr werdet sie abschrecken. Vom Islam und von der Solidarität mit den Muslimen. Was ich gemacht habe, ich habe danach einen Masters gemacht und ich mache gerade mein zweites Masters und bis vor wenigen Wochen war ich noch mit meinem Doktorvater verbunden und vor wenigen Wochen habe ich ihm gesagt, ich komme gerade nicht dazu, zu promovieren. Weil das würde bedeuten, 25, 30 Stunden wöchentlich, und zwar die besten, da wo man am stärksten Konzentration hat und zwar jede Woche für dieses Projekt zu geben und die habe ich gerade nicht, weil ich priorisiere gerade. Und ich will auch, dass ihr versucht, das Beste aus euch rauszuholen und dass ihr euch mit dem besten Benehmen schmückt, wie der Prophet Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam es weitergegeben hat und dann nach draußen geht. Ich habe es nicht nötig, für den Staat zu arbeiten, liebe Geschwister. Ich habe es nicht nötig. Allein aus dem persönlichen Stolz heraus. Ich bin damals, als ich mein Anerkennungsjahr nicht machen konnte, ich bin damals nicht zum Amt gegangen. Ich war gut ein halbes Jahr lang ohne Arbeit und ohne Hart sonst irgendwas oder Sozialhilfe oder wie das damals geheißen haben möge. Sondern ich habe mir aus der Kraft meiner Hände, die Allah Ta'ala mir verliehen hat, meinen Lebensunterhalt verdient. Ich habe keine staatlichen sonst irgendwas Zuwendungen nötig. Und die Baraka kommt von Allah Ta'ala. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ich bin der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, Teil 2 wird nächste Woche folgen. Ich möchte damit schließen, dass wir nächste Woche eine wunderbare Aktion haben, um unserem Bruder Jula Budin zu helfen, der an Blutkrebs leidet. Und er braucht eine Stammzellentransplantation. Und dazu können wir uns nächste Woche registrieren lassen. Wir können gucken, ob wir praktisch dieser Person durch Allah Ta'alas Gnade das Leben retten können. und nach der Chutpa bis 15 bis 16.30 Uhr wird es eine Abnahme von Tests geben, um zu schauen, ob wir dieser edlen Person helfen dürfen. Darauf darf ich aufmerksam machen. Sonntag, der Frauentreff, sehr wichtig, um 14.30 Uhr fängt er an und es geht um das Thema Kindergarten und Schule und Übergang vom Kindergarten in die Schule. Einer meiner Professoren hat gesagt, dass es Unterschiede von bis zu 6 Jahren gibt von Kindern, die in die 1. Klasse kommen, was den Entwicklungsstand anbelangt. Das heißt, das eine Kind ist auf dem Stand von einem 10-Jährigen nach einer Skala und das andere Kind auf dem Stand eines 4-Jährigen Kindes. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich bitte euch, also die Schwestern, nicht die Brüder, zu diesem Treff zu kommen. Inshallah. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus, ja Muhaymin, ja Mu'min, ja Salam, ja Wadud, ja Raouf, ja Hannan, ja Mannan. Oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte segne den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und seine Angehörigen und seine Gefolgsräute und lass uns zu den Letzteren zählen. Bitte vergib uns alle unsere Sünden und bitte lass uns von Tag zu Tag gehorsamer werden dir gegenüber. Oh Allah, bitte halt uns den Rücken frei. Bitte versorge uns, bitte schenke uns Rizk, Vermögen, Gesundheit, aber vor allem, oh Allah, Herzensnahrung, Hidayah, Rechtleitung, Iman, Sabr und Schukr, oh Allah. Bitte schmücke unsere Herzen, so wie wir uns bemühen, unsere Körper zu schmücken und noch mehr, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam von dir beten hat und bitte schenke uns Zuflucht vor allem, wovor auch der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bei dir um Schutz und Zuflucht gebeten hat. Oh Allah, bitte unterstütze all diejenigen, die sich für die Wahrheit einsetzen. Lass uns immer das Wahre als Wahr erkennen und schenke uns die Kraft, die Wahrheit zu unterstützen und lass uns immer das Nichtige und Falsche als Falsche und Nichtige erkennen und schenke uns die Kraft, davon Abstand zu nehmen, oh Allah, Allahumma amin. Und bitte segne alle Unterdrückten und führe sie zur Selbstbestimmung, oh Allah und heile die Kranken und erfülle die Not desjenigen, der dich bittet. Verheirate die Unverheirateten unter uns und helfe uns, unsere Familien in Liebe und in Harmonie und mit einer Rechtleitung, oh Allah, zu führen und beschütze unsere Kinder, oh Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad wala ali muhammad kama salaita ala ibrahim wala ali ibrahim inna ka hamidun majid wabarik ala muhammad wala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wala ali ibrahim inna ka hamidun majid und oh Allahumma salli wa sallim und oh Allahumma salli wa sallim dass wir zurückrudern dass wir den Hass zurücknehmen dass wir Frieden und Harmonie wiedersehen und stiften oh Allah Allahumma amin bitte versorge ihre Hinterbliebenen ihre Familienangehörigen und ihre Freunde mit Sabr und Schukr und nicht mit falscher Trauer denn inshallah sind sie auf deinen Weg gestorben als Muslime als Märtyrer Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad wala ali muhammad kama salaita ala ibrahim wala ali ibrahim inna ka hamidun majid wabarik ala muhammad wala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wala ali ibrahim inna ka hamidun majid